Das ist dann halt nicht mehr... nicht mehr laggt. Ja, es ist alles schon. Jetzt habe ich einen 15-Minuten-Part und es geht absolut nur um Schrott. Ich gucke am Anfang. Kurze Frame-Einbrüche und jetzt... Jetzt läuft es erstmal wieder so... rein objektiv gesehen flüssig. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie lange. Also dann gehe ich hier drauf, gucke mir jetzt mal wieder, wo ein bisschen mehr Landschaft irgendwie... gezeigt werden muss. Hier, möglichst schnell irgendwie. Das ist immer so mein... mein Test, ob ich irgendwie Frame-Einbrüche habe. Und da ist absolut alles in Ordnung. Permanent über 80 FPS. Das ist für mich sehr verwirrend. Also ich... Oh, hier nochmal den da unten. Irgendeinen mit dem... mit dem Bezahnhaut. Das ist für mich alles sehr verwirrend. Und ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also, ich bin alle Computerexperten da draußen, ja? Wenn ich irgendwelche Computerexperten hier habe, unter meinen Zuschauern... Guckt jetzt schon wieder. Sieht man ja, wenn die Flügel irgendwie so langsam ein bisschen zucken. Gerade bei diesem Übergang. Jetzt auch wieder leicht. Jetzt geht er wieder auf 30 runter. 19, 13, 12, 10. 60, 70. Ich kann mir nur erklären, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass das irgendwie... dass er damit Probleme hat, das abzuspeichern. Alles andere macht für mich im Moment keinen Sinn. Das ist ganz nervig. Das ist ganz, ganz nervig. Eigentlich sollte es hier kein Stückchen leggen. Kein winziges Stückchen. Und trotzdem... leckt's. Überhaupt nicht nice. Überhaupt nicht nice. Aber wie ich schon sagte, alle Computerexperten hier unter meinen Zuschauern, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte. Also, vor einiger Zeit hatte ich mal ein Problem mit der Festplatte. Da hat die Festplatte immer so geklickt. Und das hat... Dann hatte ich immer solche... solche Lacks. Mein Bildschirm ist für ein, zwei Sekunden eingefroren. Und das hatte ich dann mal schlimmer, mal weniger schlimm. Dann habe ich... die Festplatte einmal ausgebaut und wieder eingebaut. Und zusätzlich noch eine andere eingebaut von meinem alten PC. Jetzt habe ich dieses Klicken nicht mehr. Aber Lacks in World of Warcraft. Und vielleicht nochmal, äh... um zu klären, wo, äh, jetzt, äh, diese Fraps-Dateien abgespeichert werden. Ich habe Windows auf meinem Laufwerk C installiert, aber Fraps, der Fraps-Ordner ist auch auf diesem Ordner. Auf diesem, äh, auf diesem Verzeichnis. Das heißt, beides auf derselben Speicher, äh, Speicherkarte. Das ist schon... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und, äh... Ich bin ratlos im Moment, wirklich. Und jetzt ist es wieder absolut perfekt. Überhaupt gar keine Mucken. Zack, 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 zack. Hier überall. Überhaupt gar kein Problem. Ob ich jetzt hier das Interface ausblende oder ob ich es wieder einblende. Einfach nur beschissen. Ich glaube, mein PC ist in den letzten WoW-Parts von mir mein Hauptthema. Das tut mir leid. Aber... Irgendwo, irgendwo und irgendwann muss ich ja mal meinen Dampf auslassen. Also... Das ärgert mich sowas von. So, jetzt habe ich hier wenigstens noch mal meinen Heimatort hingelegt. Jetzt wäre es schön, wenn ich noch wenigstens reparieren könnte. Wird doch irgendwer gerade rumgekloppt. Hier oben. Keiner kann reparieren. Wartet mal. Hier. Da ist er. Ingenieursbedarf. So. Na gut, dann... Verkaufe ich hier auch mal ein bisschen meinen Kram. Was war das? Riesenwuchs? Nö. Ach doch. Der droppt ja so oft... Das droppt ja so oft das Rezept. Dann brauche ich das auch nicht. Kupfererz möchte ich nicht verkaufen. Die beiden möchte ich auch nicht verkaufen. Das kann alles weg. Wie gesagt, an den Stoff komme ich früher oder später sowieso noch mal. Das kann alles weg. Gut. Reicht erst mal. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? 42 Gold. Wobei, jetzt auch noch mal, um zurückzukommen auf meine Legs hier. Ja, als ich jetzt gerade die Add-ons ausgemacht habe, es wurde ja leicht besser. Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe einfach zu wenig Ahnung von der gesamten Materie. So, ich soll Pionierspezialisten töten. Es waren doch die, die mir gerade entgegengekommen sind. Ja. Ach, der wirft Dynamit. Na, das ist natürlich auch schön. Ja, ich weiß. Viele Gilden, die noch weitere Member suchen, die ihre Gildenkassen füllen. Unfreiwillig. Aber nein. 50 Gold-Rep-Kosten am Tag. Naja. Damit können diese großen Gilden aber auch wirklich werben. Weil sie einfach so viel Kohle machen, dass diese 50 Gold pro Mitglied sich einfach einfach gar nicht mal reinschlagen. Bei dem Zahlungszufluss, den die jede Woche haben. Das ist schon echt pervers. Also das muss man sich echt mal vor Augen machen. Jeder, der in einer Gilde ist, der weiß ja ungefähr, wenn er mal ab und zu in den Lok der Gildenmann guckt, wie viel Kohle da durch die Dailies, die halt die Gilden-Member so machen, je nachdem wie groß die Gilde ist, wie viele Leute das regelmäßig machen, wie viel Kohle da durch den Zahlungszufluss jede Woche aufs Konto geht. Und da kann man sich's dann sehr gut vorstellen, dass so eine Level-Gilde, wo wirklich alle Leute nur darauf bedacht sind, möglichst schnell die Maximalstufe zu erreichen. Und dann halt dementsprechend absolutes Speed-Leveling machen, jedenfalls die meisten. Da kann man sich dann vorstellen, was so eine Gilde an Kohle macht in der Woche. Also ich... Bei so richtig großen Gilden mit über 1000 Mitgliedern von den 1000 sind natürlich längst nicht alle aktiven und Bruchteilen, Zehntel vielleicht. Aber man hat 100 aktive Leute, die questen. Das sind in der Woche bestimmt über 10.000 Gold. Locker. Locker. Wahrscheinlich das Doppelte. Also das lohnt sich richtig. Das lohnt sich richtig. Ich hatte mir auch schon mal die Gedanken gemacht, sowas zu machen. Ich hab's hier sogar auf Nazem mal angefangen. Auf Vornenseite war aber weniger erfolgreich. Na, bravo. 4.586 Leben. Der wird also so um die Stufe 50 sein. 10 Level muss er über mir sein, damit er Totenkopf ist. Also er ist mindestens Stufe 47. Also ich tippe auf 47, 48, 49, 50. Irgendwas davon. Darf mich nicht sehen, hat mich auch nicht gesehen. Doppelzopfspatrouille. Meldet euch bei Doppelzopf. Abgeben. Findet Marley Doppelzopf. Ein Verwandter anscheinend. Hier ist gleich der nächste. Ach. Müssen wir hier wieder die Kodos töten. Es gibt so ein lustiges Lied von Oxhorn. So ein Künstler, der viel mit WoW macht, mit World of Warcraft, aber hauptsächlich so auf den musikalischen Inhalt konzentriert. Und der hat so ein Lied über die Kodos gemacht. Als das beste Mount in diesem Spiel. Also, falls es wen interessiert, einfach mal bei YouTube Oxhorn und Kodo eingeben. The Great Kodo heißt das Lied, glaube ich. Ich finde es lustig. Es ist auch schon schon recht alt und bezieht sich auch noch auf das Klassik-WoW. Gefällt mir aber sehr gut eigentlich. Ich habe so ein bisschen Nostalgie dabei, weil ich halt das Video zum ersten Mal gesehen habe, als ich mit WoW angefangen habe. So, wartet mal kurz. Was ist denn ein Landeber-Bulle? Ah, okay. Ich muss ein paar jagen und dann wird der Big Boss da wahrscheinlich einfach erscheinen. Und dort hinten ist schon wieder diese Hexer. Nee, du. Andererseits habe ich auch keine andere Wahl. Das werde ich ja nie fällig. Und im Zweifel lege ich mich auch mit dem an. Ah, der macht aber viel Damage. Das könnte sogar eventuell... Da ist ein Landeber-Bulle. Oh, nein, 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 nein. Das könnte sogar ein Bot sein. Ist der von unserem Server? Fuck. Der kommt auf mich zu. Oh, nein, bitte greif mich nicht an. Scheiße. Ah, er geht in eine andere Richtung. Glück gehabt. Der war freundlich beziehungsweise nicht sehr feindlich. Man könnte denken, als er auf mich zugekommen ist, dass das so ein... so eine Art Angriffserklärung war. Aber ich bin ausgewichen. Naja. Dann hat er mich doch nicht verfolgt. Wobei ich jetzt gerne gesehen hätte, ob der von unserem Server ist. Wie geht's? Oh, Leute, bitte lass mich in Ruhe, Mann. Ja, haut ab. Sehr schön. So. Ein Schwert. Deutlich schlechter als meins. Oh, Level up. Jetzt müsste ich ihn sehen können. Nein. Dann ist er also mindestens Stufe 48. Ist vom Blackrock. Soll ich's mal versuchen? Soll ich echt mal versuchen, den anzugreifen? Lustig wär's. Komm. Ah, komm. Dem geb ich jetzt einfach mal. Warte mal kurz warten. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Ja, jetzt ist... Jetzt ist das endgültig Geschichte. Jetzt verpiss ich mich. Ich wäre ja gerade so dreist gewesen, hätte ihn angegriffen. Ist ein Stoffler. Gut, er ist mindestens zehn Level höher als ich, aber... Das sind so Leute, ich hätte mir gut zutrauen können, das war so ein Movement-Krüppel. Das heißt, immer wenn er castet und kurz bevor er zu Ende gecastet hat, einmal durch ihn durch und dann castet er ins Leere und der Zauber bricht ab. Das hätte bei dem bestimmt gut geklappt. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Was haben wir denn hier? Ein kleines Minilager vom irdenen Ring. Das kennen wir doch. Ich glaube, das sind jetzt die ganzen... Ja, das sind die ganzen Quests, die mich genau in diese Ecke führen. Wo wir die beiden Hordler getroffen haben. Ach, du Schande. Ja, was soll ich machen? Ich kann mich da jetzt großartig verstecken. Den Part könnte ich jetzt hier beenden. Oder ich habe den Mut und werde jetzt hier ausräuchern. Oder ich lasse sie einfach in Ruhe und werde einfach von hinten anfangen, die Mobs hier zu bearbeiten. 13 Stück. Das ist das ist das ist das ist